Hey Leute, Jens hier. Im heutigen Video möchte ich euch Schritt für Schritt zeigen, wie ihr bei TradeRepublic einen ETF-Sparplan anlegen könnt. Wir schauen uns dafür alle relevanten Informationen an. Also sowohl wie ihr hier Schritt für Schritt das Ganze erstellt, als auch wie ihr hier zum Beispiel bei dem Sparplan Änderungen durchführt, zum Beispiel die Sparrate. Dann aber auch wie ihr hier das Ganze wieder löschen könnt und auch wie ihr am Ende wieder überhaupt an euer Geld rankommen könntet. Wenn euch das also interessiert, einfach dranbleiben. Außerdem habe ich alle gerade genannten Punkte in die Videobeschreibung als Timestamps reingepackt. Das heißt, falls dir nur spezifische Informationen hier fehlen, kannst du entsprechend an die Stelle, die dich interessiert, springen und bist hier dadurch ein bisschen effizienter unterwegs. Genauso wollte ich noch ganz kurz erwähnen, dass ich das jetzt hier alles über die App zeigen werde. Es gibt aber natürlich auch mittlerweile eine Web-Version, das heißt auch darüber könntest du das alles nachmachen. Sieht gleich aus, ist natürlich nur vom Layout her ein bisschen anders aufgebaut und dementsprechend sollte das aber auch kein Problem sein. Das heißt, am Ende kannst du das selber entscheiden, was dir mehr liegt. Ansonsten würde ich sagen, geht es aber auch schon konkret rein. Bevor wir das tun, würde ich mich aber noch freuen, wenn du dir den Video einen Daumen nach oben erlässt. Das pusht den YouTube-Algorithmus und hilft mir damit ein bisschen. Und falls du hier bei Trade Republic noch kein Depot hast, kannst du es auch kostenlos über den Link unten in der Videobeschreibung eröffnen. Dann gibt es sogar noch eine Gratis-Aktienwert von 50 Euro kostenlos dazu. Zusätzlich habe ich auch noch ein separates Video schon mal gemacht, wie man hier überhaupt sein Depot eröffnet. Also falls du da wissen möchtest, wie das Schritt für Schritt fehlerfrei funktioniert, kannst du da gerne mal unten in die Videobeschreibung reinschauen. Dort ist das entsprechende Video verlinkt. Genauso habe ich auch schon ein separates Video gemacht, wie man hier ETF-Anteile kauft und verkauft. Also falls dich das auch noch interessiert, zum Beispiel später beim Verkauf, dann kannst du da gerne auch noch vorbeischauen. Ist ebenfalls unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten würde ich aber sagen, geht es auch schon wirklich konkret los mit dem ersten Schritt. Und zwar lockst du dich natürlich erstmal ein, landest dann hier in deinem Dashboard, wo du jetzt hier deinen kompletten Portfolio-Wert hast. Hier unten würdest du jetzt noch einen Graph sehen von der Performance deines Portfolios. Dadurch, dass ich hier aber nur 200 Euro fix liegen habe, als Euro-Einlage, ändert sich hier nichts. Dementsprechend hier nur der waagerechte Strich. Wenn wir dann mal noch ein Stück weiter runter gehen, siehst du jetzt hier noch deine Investments. Also dort werden dann später deine Wertpapiere liegen. Also sobald der erste Sparplan ausgeführt würde, hättest du dann hier auch diesen ETF schon drinnen liegen. Und ganz hier unten noch dein Euro-Guthaben. Bei mir jetzt hier aktuell diese 200 Euro, die ich jetzt benutzen könnte, um hier Wertpapiere zu kaufen. Wenn du an der Stelle dann loslegen möchtest, um deinen ETF-Sparplan anzulegen, musst du natürlich erstmal wissen, welcher das ist. Und dafür benutzt du hier unten einfach die Lupe, um hier die Suche zu benutzen. Da kannst du zum Beispiel einfach nach dem Namen des ETFs oder nach der E-Sign oder der Wertpapierkennummer suchen. Oder alternativ kannst du auch hier ein Stück runter scrollen und hier zum Beispiel auch einfach über diese ETF-Angebote hier zum Beispiel auf alle Anzeigen klicken. Dann hier auf Filter und dann kannst du hier bei aktuell diesen 2341 ETFs, die bei Trade Republic angeboten werden, hier verschiedene Sektoren oder auch Regionen usw. filtern, falls du darüber das Ganze finden möchtest. Ich persönlich würde dir empfehlen, das Ganze über die Suche zu machen. Falls du an der Stelle noch nicht weißt, wie man den richtigen ETF findet, weil es da relativ viele Möglichkeiten gibt, dann noch ein ganz kurzer Abstecher jetzt, wie man das findet. Falls du das schon weißt, wie das alles geht, kannst du natürlich auch gerne an der Stelle ein Stück weiter vorspulen. Ich möchte es einfach hier alles abgerundet haben, dementsprechend machen wir das jetzt noch ganz kurz. Und zwar gibt es da zum Beispiel Webseiten wie Extra ETF, wo du hier eine ETF-Suche hast mit einer ETF-Datenbank. Und dort kannst du eben anhand verschiedener Kriterien nach dem richtigen ETF finden. Wir machen jetzt an der Stelle das mal über den MSCI World. Das ist eigentlich der bekannteste Index. Das heißt, du kannst hier auf der linken Seite zum Beispiel einfach mal hier bei Indexauswahl den MSCI World aussuchen. Das siehst du, 17 ETFs sind dafür verfügbar, denn wie du wahrscheinlich schon weißt, ist der MSCI World nur ein Index, den man selber gar nicht besparen oder kaufen kann, sondern nur entsprechende ETFs, die diesen nachbilden bzw. die Rendite davon. Und da gibt es eben unter den verschiedenen ETF-Anbietern verschiedene Konditionen. Und da kann es dann schon mal Sinn machen am Anfang, wenn man das mehrere Jahre auch bespart und nutzt, hier ein bisschen zu vergleichen, wer denn hier die besten Konditionen hat. Dementsprechend kann man jetzt aber hier auch noch weitere Sachen filtern. Also wie du jetzt siehst, haben wir 17 Ergebnisse ausgespuckt bekommen. Wenn wir jetzt mal hier noch ein Stück weiter runtergehen, kannst du hier auch auf Aktions- und Sparplan-ETFs draufklicken. Dann siehst du hier alle Anbieter, die man hier in Deutschland eigentlich kennt. Und da kannst du jetzt theoretisch noch filtern, dass dieser ETF natürlich auch bei Trade Republic verfügbar sein soll. Weil wenn du am Ende einen ETF findest, der gar nicht bei Trade Republic verfügbar ist, bringt es natürlich relativ wenig. Wie du jetzt aber hier siehst, sind alle 17 auch bei Trade Republic verfügbar. Das heißt, du musst hier nichts noch extra jetzt auswählen. Wenn du zum Beispiel bei Smart Broker wärst, wäre es sinnvoll, da hier nur 11 der 17 verfügbaren ETFs im Angebot sind. Eine weitere Sache, die man hier auch noch auswählen kann oder filtern kann, ist hier die Ausschüttungsmethode. Ich persönlich empfehle hier eigentlich die ausschüttende Version, besonders für Anfänger, weil du hier halt mehrere Vorteile hast. Ein Vorteil ist, dass du selber dich besser motivieren kannst, wenn du hier regelmäßig Dividendenausschüttungen auf dein Depot erhältst. Dadurch, dass der ja immer größer wird durch diesen Sparplan, wird auch entsprechend die Dividende immer höher. Und das ist einfach so ein kleiner Motivator, sodass man da dran bleibt. Eine weitere Sache ist auch noch die Steuersituation. Auf der einen Seite hast du hier einen Freibetrag ab 2023 von 1.000 Euro. Das heißt, diese Ausschüttungen, die werden am Anfang erstmal gar nicht versteuert, weil du hier wie gesagt einen Steuerfreibetrag hast. Und dementsprechend muss das Portfolio, wenn man es jetzt mal ganz, ganz grob rechnet, irgendwo knapp 50.000 Euro erreichen, sodass die Dividenden dann wirklich so hoch sind, dass dieser Steuerfreibetrag von diesen 1.000 Euro dann auch tatsächlich komplett ausgenutzt wurde. Eine weitere Sache ist auch noch, dass wenn du jetzt statt einem Ausschüttenden die Alternative, den Tosterrierenden wählst, wo die Dividenden automatisch wieder reinvestiert werden, dann ist es da mittlerweile steuertechnisch so, dass hier eine sogenannte Vorabpauschale berechnet wird mit einer gewissen Formel. Und da ist es halt so, dass das dann sein kann, dass du, obwohl du noch keine Gewinne realisiert hast, sondern nur Kursgewinne gemacht hast, dass darauf dann eben schon Steuern anfallen und die dann einfach von deinem Depot abgebucht werden. Und wenn du da halt dann gerade kein Geld auf deinem Depot hast, kann das Ganze halt eventuell ins Negative rutschen oder andere Probleme auftauchen. Wenn du jetzt aber ein passiver Anleger bist, der sich da nicht groß drum kümmern möchte, ist es halt am einfachsten, wenn du das über die Ausschüttenden ETFs machst. Weil da hast du den Vorteil, dass du ja durch die Dividendenausschüttungen schon automatisch immer die Besteuerung bekommst und dadurch den Vorteil, dass diese Dividendenbesteuerung in der Regel immer höher ist, wie diese Vorabpauschale, die berechnet wird. Und dadurch hebt sich das Ganze immer auf, sodass du bei einem ausschüttenden ETF nie eine Steuerabbuchung hast, obwohl du gar keine Gewinne realisiert hast, weil das durch Dividenden immer automatisch passiert. Das ist also der Vorteil im Vergleich zu den tesorierenden ETFs. Aber wenn du sagst, ich kümmere mich darum, ich habe da auch immer ein gewisses Polster sowieso auf meinem Depot liegen, sodass es gar kein Problem wäre, wenn die was abbuchen, ist es natürlich auch total fein. Ja, an der Stelle mal kurz nur das Angesprochene, am Ende bleiben jetzt hier bei mir 9 ETFs übrig und da kann man jetzt noch ein paar verschiedene Filter anwenden oder das einfach ein bisschen hier vergleichen. Eine Methode ist zum Beispiel jetzt hier die TER, das ist die Total Expense Ratio, also die Kostenquote, die hier jährlich auf dein Vermögen, das du hier rein investiert hast, anfällt. Und da kannst du jetzt einfach hier das Ganze sortieren von einfach absteigend bzw. an der Stelle jetzt hier aufsteigend und siehst schon mal, dass hier der günstigste der HSBC ist mit 0,15% pro Jahr an Gebühren. Eine weitere Sache, worauf du noch achten kannst, ist die Replikationsmethode. Es gibt hier eine physisch replizierende Art und auch noch den synthetischen. Bei der physischen ist es so, dass die Aktien, die in diesem Index, zum Beispiel zum MSCI World, die dort enthalten sind, dass die zum Großteil auch tatsächlich gekauft werden, sodass die Rendite abgebildet wird. Bei den synthetischen wird in der Regel nur ein Swap-Geschäft gemacht, sodass die Rendite auch entsteht, aber halt die physischen Aktien gar nicht hinterlegt sind. Und ich bin da einfach ein Fan davon, von den physischen, also das sagt mir mehr zu als jetzt hier die synthetischen. Das heißt, wenn du hier die Möglichkeit hast, würde ich dann eher die physischen auswählen. Eine weitere Sache, worauf du auch noch achten kannst, ist hier die Fondsgröße bzw. das Volumen, was in dem ETF drin steckt. Bei einem großen Index, wie jetzt zum Beispiel dem MSCI World, ist das in der Regel kein Problem. Aber bei Nischen-ETFs kann man da schon eher mal drauf achten. Und zwar sagt man da ganz grob so, mindestens 100 bis 500 Millionen sollte das Ganze groß sein. Ansonsten kann es halt sein, dass der ETF abgesetzt wird, weil das für den ETF-Anbieter nicht so profitabel ist. Dementsprechend würde das dann halt irgendwann automatisch verkauft werden und du hättest halt einfach größeren Aufwand, weil du das dann wieder in einen anderen ETF uminvestieren musst. Weil dann Gewinne realisiert werden, die dann auch versteuert werden und so weiter und so fort. Also da einfach ein bisschen drauf achten, dass es halt ein ETF ist, der schon eine gewisse Größe erreicht hat, sodass der eben nicht nach kurzer Zeit wieder abgesetzt wird und du dann einfach mehr Aufwand hast. Hier an der Stelle jetzt bei dem MSCI World hat man da eigentlich keine Probleme. Hier eventuell jetzt hier der von der UBS mit 214 Millionen, aber auch da kann man eigentlich davon ausgehen, dass der bestehen bleiben wird. Dementsprechend kommen wir jetzt noch zu der nächsten Sache, die man hier noch vergleichen kann und zwar hier noch die Performance. Es gibt natürlich die Total Expense Ratio, aber es kann sein, dass ein anderer ETF-Anbieter das kostentechnisch und so weiter im Hintergrund so gut gelöst hat, dass die Performance trotzdem besser ist. Das heißt, die Total Expense Ratio ist jetzt nicht der einzige Indikator, auf den du achten solltest, sondern auch noch hier ein bisschen die tatsächliche Performance. Wie gesagt, wenn jetzt einer, der teurer ist, deutlich besser in der Performance abschneidet, dann würde ich eher den nehmen, der auch tatsächlich die bessere Performance über lange Jahre hinweg besser gebracht hat. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann siehst du jetzt, dass jetzt zum Beispiel hier im laufenden Jahr der HSBC auf Platz 2 ist. 2021 hatte er die beste Performance. 2020 war er, glaube ich, jetzt hier auf Platz 2, wenn ich das jetzt ganz grob überfliege. Also der HSBC ist hier schon, ja, auch performancetechnisch sehr, sehr gut und teilweise immer auf Platz 1. Dementsprechend passt das an der Stelle auch. Man könnte das theoretisch auch noch über die Tracking-Differenz anschauen, aber das ist jetzt, ja, eher ein bisschen am Rande. Also da kannst du dich theoretisch nochmal mit beschäftigen, ist jetzt aber nicht ganz so wichtig. An der Stelle, wenn du dann den richtigen ETF gefunden hast, in dem Fall jetzt hier der von HSBC, kannst du da einfach mal draufklicken und landest dann hier auf der Detailseite, wo du nochmal mehr Informationen erhältst, um jetzt hier bei Trade Republic auch tatsächlich diesen zu finden, würde ich dir empfehlen, dir noch die ISIN oder hier die Wertpapierkennnummer abzuspeichern oder einfach in der Suche zu benutzen, denn dieser ist eindeutig diesem ETF zugeordnet und dadurch findest du auch tatsächlich diesen. Wenn du jetzt den falschen finden würdest, wäre es halt ärgerlich, weil der dann eventuell eine andere Performance hat und du dann tatsächlich dann auch eventuell Verluste realisieren musst, obwohl dieser hier positiv rendiert hat. Ich habe das Ganze jetzt mal gemacht, indem ich jetzt hier einfach in der Suche hier unten die Wertpapierkennnummer eingegeben habe und jetzt siehst du auch schon, dass hier eindeutig nur dieser eine ausgespuckt wird. Das heißt, da kann ich jetzt entsprechend draufklicken, sodass du hier anschließend jetzt auf der Detailseite bist von diesem ETF auf Trade Republic. Dort siehst du jetzt natürlich erstmal hier oben den Kurs, dann siehst du hier noch den Graph der Performance, da kannst du auch verschiedene Timeframes einstellen, um zu sehen, wie denn hier das Ganze gelaufen ist über die ganze Zeit hinweg. Ist aber am Ende nicht ganz so relevant für dich, ist ja relevant, wie du hier das Ganze jetzt mit einem Sparplan aufsetzen kannst. Ich würde an der Stelle aber noch ganz kurz nochmal das überprüfen, indem du hier zum Beispiel guckst, wer der Emitent ist, also HSBC passt an der Stelle wieder. Genauso auch nochmal die Total Expense Ratio 0,15% passt an der Stelle auch. Er ist ausschüttend, hatten wir ja auch extra ausgewählt. Hier unten könntest du jetzt auch nochmal die Wertpapierkennnummer oder auch die ISIN nochmal vergleichen, um hier sicher zu gehen. Und wenn das passt, können wir jetzt auch schon loslegen und hier auf Sparplan erstellen klicken. Jetzt beginnt das Ganze auch schon. Also du musst jetzt hier verschiedene Kriterien noch kurz einstellen und schon ist die Sache aufgesetzt. Ist jetzt kein Hexenwerk. Es sind auch nur wenige Schritte. Das heißt, der erste Punkt wäre jetzt erstmal hier festzulegen, in welchem Timeframe du denn hier regelmäßig investieren möchtest. Ob du wöchentlich, zweimal im Monat, monatlich und so weiter und so fort. Eigentlich ist der Standard so, dass man hier monatlich auswählt. Dann kann man das auch perfekt mit seinem Gehalt so ein bisschen verknüpfen. Dass wenn das Gehalt dann zum Beispiel eingegangen ist, dass man davon einfach einen gewissen Betrag abzwackt, um dann hier in den ETF rein zu investieren. Das heißt eigentlich so, der Standard ist das monatliche. Kannst du aber natürlich individuell einstellen, wie du das haben möchtest. Als nächstes geht es dann noch weiter, wann das Ganze investiert werden soll. Eher am Anfang des Monats. Das wäre dann in der Regel immer der zweite des Monats. Wenn jetzt das gerade auch ein Werktag ist, ansonsten wird es ein bisschen verspätet. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Wochenende haben, wird es dann erst natürlich am nächsten Montag ausgeführt, weil da nur die Börse offen hat. Oder hier ab dem 16. Was ich dir jetzt empfehlen kann, ist, dass du das davon abhängig machst, ob du hier mit einem Lastschriftverfahren arbeitest oder nicht. Denn es gibt hier die Möglichkeit, dass die einfach von deinem Konto das dann automatisch einziehen ist, Geld und du hier keinen Dauerauftrag einrichten musst. Und dementsprechend kann es halt sein, mit der Lastschriftmethode, dass der zweite hier schon etwas früh ist. Das heißt, wenn du von deinem Arbeitgeber nicht immer pünktlich dein Gehalt bekommst, kann es halt sein, dass das schon vorher das Geld einzieht, obwohl von deinem Arbeitgeber das Geld noch gar nicht eingegangen ist auf deinem Schirokonto. Und um hier eben keine negativen Kontostände hervor zu provozieren, würde ich an der Stelle dann einfach hier mit der Mitte des Monats arbeiten. Und hier geht es jetzt auch schon weiter mit dem Sparbetrag, den du hier eben an der Stelle jetzt monatlich investieren möchtest. Da kannst du von 1 Euro sämtliche Beträge nach oben investieren. Dann klickst du hier einfach auf Weiter. Ich mache es jetzt aber nochmal kurz zurück. 1 Euro ist doch ein bisschen wenig. Ich mache jetzt einfach mal so standardmäßig 100 Euro. Dann siehst du jetzt hier nochmal eine kleine Übersicht von den ganzen Daten hier. Also das Ganze wird monatlich ablaufen. Der Betrag, der hier regelmäßig investiert wird, sind diese 100 Euro. Und hier unten gibt es jetzt noch die Bezahlmethode. Hier gibt es jetzt wie gesagt seit kurzem die Lastschriftmethode. Das heißt von einem deiner verknüpften Schirokonten wird einfach Geld automatisch eingezogen, sodass du hier keinen Dauerauftrag mehr einrichten musst. Weil das Nervige daran ist halt einfach, dass wenn du jetzt mal zum Beispiel die Sparrate anhebst, dass du dann auch extra nochmal bei deinem Schirokonto reingehen müsstest und dort dann eben auch den Dauerauftrag anpasst. So durch die Lastschriftmethode änderst du hier nur in Trade Republic das Ganze und musst sonst nirgendwo was ändern. Ist einfach ein bisschen weniger Aufwand. Vielleicht noch kurz die Frage, wie du hier überhaupt Schirokonten verknüpfen kannst. Das funktioniert relativ simpel. Und zwar überweist du einfach von einem Schirokonto, das auf deinen Namen läuft, hier Geld an Trade Republic. Und sobald das getan ist, wird dieses Konto, von dem das Ganze gesendet wurde, automatisch hier dann bei diesen gespeicherten Konten hinterlegt, so dass du dann hier das Ganze auch auswählen kannst für die zukünftigen Lastschriften. Das also dazu. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich möchte hier von meinem verfügbaren Konto Guthaben auf Trade Republic das Ganze abgebucht bekommen, dann kannst du hier unten auch einfach auf verfügbarer Geldbetrag draufklicken. Dann wird es wie gesagt von deinem Referenzkonto, also von deinem Trade Republic Guthaben abgebucht. Ich persönlich bin halt ein Fan von der Lastschrift, aber wie gesagt, ist am Ende eine Geschmacksfrage. Eine weitere Sache, die du dir dann auch noch anschauen kannst, bevor wir jetzt das Ganze komplett erledigt haben, ist hier unten die Kosteninformation. Da kannst du einfach mal draufklicken und dann siehst du jetzt hier nochmal, welche Kosten hier auf dich zukommen würden. Du siehst schon mal hier, wenn du das Ganze jetzt kaufst, fallen hier keine Gebühren an. Also die Sparplanausführungen sind bei Trade Republic kostenlos. Das Einzige, was hier natürlich anfällt, sind hier die laufenden Kosten des ETFs. Also hier ungefähr immer diese 0,15%. Das schwankt jetzt hier leicht, weil es wahrscheinlich hier immer abgeschnitten wird, weil du hier nur zwei Nachkommastellen hast, aber am Ende sind es hier eben diese 0,15%, die hier diese Total Expense Ratio von dem ETF ist. Ansonsten, wenn du das auch irgendwann mal wieder verkaufen solltest, hast du hier aktuell die Gebühr von 1 Euro bei Trade Republic. Also das ist in der Regel auch sehr, sehr günstig. Dementsprechend kann man hier, was die Gebühren angeht, sich wirklich nicht groß beschweren. An der Stelle gehen wir wieder hier oben zurück. Und wenn das dann wie gesagt alles für dich passt, klickst du hier unten einfach auf erstelle einen Sparplan und schon siehst du, dass das Ganze erfolgreich geklappt hat. Du siehst dann auch, wann das Ganze das erste Mal ausgeführt wird. In meinem Fall jetzt hier der 16.12. Passt an der Stelle. Jetzt siehst du auch, wenn du hier auf dem ETF bist und ein Stück runter scrollst, ist, dass du jetzt hier auch einen Offen Order hast und zwar diesen Sparplan. Du siehst, das sind jetzt noch 12 Tage bis zur nächsten Ausführung und du siehst auch, dass das Ganze monatlich ausgeführt wird und zwar mit 100 Euro. Wenn du jetzt sagst, so ich möchte das jetzt irgendwann wieder ändern, klickst du da einfach zum Beispiel drauf, siehst du jetzt nochmal alle Details davon und könntest jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt das Ganze doch nochmal ändern. Dann klickst du hier einfach auf den Ändern-Button drauf und wirst jetzt nochmal durch das Ganze, wo wir gerade schon durch sind, durchgeleitet. Also da könntest du nochmal den Timeframe, also wie oft das ausgeführt wird, ändern oder auch hier zum Beispiel, wann das ausgeführt wird im Monat. Dann hier auch nochmal der Betrag. Zum Beispiel kannst du sagen, ich habe jetzt eine kleine Gehaltserhöhung bekommen. Ich mache jetzt statt den 100 Euro 150 Euro. Dann siehst du jetzt hier auch nochmal die Übersicht, wie auch schon vorhin. Kannst dann hier auf Änderungen speichern klicken und schon wurde das Ganze aktualisiert und du hast jetzt hier in Zukunft diese 150 Euro ab der nächsten Sparplan-Ausführung. Eine weitere Navigationsmöglichkeit, wo du noch diesen aktiven Sparplan sehen würdest, ist, wenn du hier oben wieder zurück gehst, ins Menü, dann noch ein Stück weiter zurück und dann hier unten auf den Order-Manager, dann würdest du jetzt hier auch nochmal alle deine Sparpläne sehen. Hier hast du eben diese Komplettübersicht, wo du einfach nochmal das besser siehst. Hier kannst du dann auch einfach draufklicken und dann das Ganze nochmal anpassen oder auch zum Beispiel sagen, ich möchte das Ganze löschen, indem du hier einfach auf den Löschen-Button draufklickst, dann hier auf Sparplan löschen und schon ist das Ganze auch wieder komplett beendet und es wird kein zusätzliches Geld mehr in diesen ETF rein investiert. Wenn du dann wieder zurück in dein Dashboard gehst, indem du hier unten links draufklickst, dann hast du hier wieder deine komplette Portfolioübersicht und hier würde dann, sobald der erste Sparplan ausgeführt wurde, hier bei Investments, der ETF auch auftauchen mit den ersten Anteilen, die du hier gekauft hast. An der Stelle ist vielleicht noch interessant, wie du auch wieder zurück an dein Geld kommen würdest. Das funktioniert ganz einfach und zwar kannst du da, wenn du jetzt schon Anteile hättest, neben dem Kaufen-Button auch noch auf den Verkaufen-Button, der dann unten drunter erscheint, draufklicken und da dann deine Anteile, die über die Zeit gekauft wurden, auch einfach wieder verkaufen. Wie das konkret funktioniert, habe ich schon in dem separaten Video von vorhin erklärt, also wie du hier ETF kaufen und auch verkaufen kannst. Dort ist das alles schon konkret, alles gezeigt worden. Das möchte ich jetzt hier nicht nochmal extra erwähnen. Dementsprechend, falls sich das interessiert, einfach unten in die Videobeschreibung mal reinschauen. Dort findest du dieses Video. Um das Ganze jetzt noch komplett abzurunden, ist natürlich noch die Frage, wenn du deine ETF-Anteile tatsächlich verkauft hast, wie bekommst du es so wieder zurück auf dein Girokonto? Das funktioniert so, indem du, wenn du das dann eben umgetauscht hast in Euro, also deine ETF-Anteile verkauft hast, dann kannst du hier unten rechts einfach auf dein Profil draufklicken und kannst da dann einfach hier auf den Auszahlen-Button draufklicken. Dann erhältst du als nächstes eine Übersicht von deinen Konten, musst dann noch auswählen, wie viel Geld du überweisen möchtest und schon kannst du das Geld dann wieder zurückschicken an eines deiner Girokonten, die hier verknüpft sind und schon ist die Sache auch komplett erledigt. An der Stelle sind wir auch schon durch mit der Anleitung. Wenn es dir gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben erlassen. Falls dich weitere solcher Videos interessieren, kannst du sie auch gerne supporten, indem du diesen Kanal hier abonnierst, dann verpasst du keine Videos mehr und bekommst auch weitere solcher Vorschläge von relevanten Videos eventuell für dich und dann wünsche ich dir noch viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.